Hallo meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer Runde Mindfighter mit Flo und René, wie man hört. Die beiden Schnecken sind auch dabei. Ich habe schon mal Steaks, ich bräuchte jetzt noch Deine oder Holz. So, ich mache eine Holzspitzhacke und dann besorge ich euch reichen Stonies. So, wer Mindfighter nicht kennt, kann mir ganz kurz erklären. Wir sind hier ein bisschen untergründig und es geht darum, quasi drei andere Teams auszuschalten. Und dafür müssen wir uns jetzt Equip besorgen. Exaktor Schmackto. So, hier ist jetzt eine Holzspitzhacke schon mal für Endgame. Schmackenpackto. Ich mache mir selber. Ich habe jetzt drei. Ich habe hier, Blocky, du hast ein Holz. Ich habe alles, was ich brauche. Ach du, okay. Hast du schon Stein? Ja. Brauchen deine Hilfe nicht. Cool. Du bist so langsam. Das geht halt echt schneller, wenn es jeder für sich selbst macht und nicht einer für alle. Ja, wahrscheinlich. So. Mal die anderen in der Zeit sowieso nichts zu tun haben. Ja, das stimmt. Von daher. So, dann am besten den Ofen gleich wieder beheizen. Wollen wir auf Eisenschwerter gehen oder auf Dias hoffen? Wir hoffen natürlich Dias. Aber wir machen auf jeden Fall Schwerte. Ich habe mir schon mal ein Steinschwert gemacht. Einer soll ein Steinschwert behalten, würde ich sagen. Wieder. Erstmal. Für den Fall, dass wir Dias finden. Ja. Ja gut, es ist ja, ja. Ja. Heißt recht. Ich bin gerne derjenige, der lasst mich. Können wir das Eisen reinlegen? Ja, natürlich. Juri. Juri, Juri. Ja. Es kann jetzt ein bisschen unspannend werden am Anfang. Was jetzt halt erstmal nur Farben ist. Später, wenn man sich dann sucht, kann es auch unspannend bleiben. Beziehungsweise jemanden sieht. Ja, wenn man jemanden sieht, dann wird das vielleicht schon entspannt. Also zum Spielen ist es auf jeden Fall immer sehr spannend. Oh ja. Ja, kann man sagen. Ich höre Zombies. Das ist ganz nice. Das heißt, hier sind auch irgendwo Räume versteckt und so weiter. Da kann man dann weitere, viele, viele Ärzte auf einmal finden oder Truhen noch. Oh ja. Ja, geil. Ja, geil. Aber jetzt höre ich sie nicht mehr gerade. Und ich habe TNT. Nice. Den TNT Raum, sind da nicht auf Dias drin? Ne, ne, das war in der Kiste drin. Achso, okay. Hier, 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 bei mir. Okay, wo bist du? Ich habe einen Baum. Für das? Ne, das bist du. Ne, das bin ich. Entweder ist das ein Skelett oder schon ein anderer Spieler. Ich weiß es nicht. Kommt mal hierher. Keine Ahnung. Keiner weiß, wo du bist. Einfach so runter. Da war so ein Weg runter. Genau. Sneakt, sneakt, Mann. Ach, heul mich. Eventuell ist das ein anderer Spieler. Ach, gar nichts ist das. Ich weiß es nicht. Hallo. Ja, es neckt sich die Kohle. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind hier Mobs drin, ne? Darf ich mal? Danke. Ja. Ja, jetzt haben wir alle auf einem Haufen rum. Das ist auch ganz geil. Pass auf, da ist ein Creeper. Ah, ne, das war der Zombie. Okay, der hat bei mir so einen hellen... Uh, ha! Das ist ein Mittelraum. Das ist geil. Oh, Creeper. Ja. Nice. Und da ist extrem viel Eisen. Aber trotzdem vorsichtig sneaken, ne? Ja, ja. Das ist eine Truhe. Okay, Leder schuhe und Pfeile. Aber da haben wir nachher gleich full Iron, wenn wir den Raum loopen. Ja. Kann irgendwer schon mal einen Ofen hier hinstellen? Beziehungsweise das Eisen von unserem Raum holen und einer stellt den Ofen hin und der andere gräbt ab? Das wäre nicht schlecht. Goldhose, Eier. Geil, Eier. Ich mache einen Ofen. René, holst du das Eisen? Äh, ne. Ja, wäre aber ganz gut. Ich bin jetzt aber hier am Farmen. Ja, wir alle sind hier am Farmen. Ich gehe gleich. Wo soll ich das dann holen? Macht mal keinen Stress. Weil ich gerade die Öfen mache. Ich gehe mal kurz. Hier ist ein Ofen, ne? Wo kommen wir denn her? Ach, hier unten. Geht der zu zweit dahin oder ist René nicht hingegangen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin auch nicht gegangen. Okay, gut. Da bin ich noch ganz viel Eisen. Dann auf jeden Fall schon mal das Eisen in den Ofen packen. Die Ofenwand. Eine Ofenwand? Ja, so viel kann man uns schon leisten, Mann. Wow, das ist super. Erzählt mal ein bisschen was von eurem Tag, Jungs. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, heute. Ja, okay. Ja, ich bin gestern extra früh, also so gegen zwei, ins Bett. Und dachte mir so, ja, goll. Kannst du mal machen? Ja, kann man machen. Mann, dann konnte ich nicht schlafen, Mann. Dann konnte ich einfach nicht einschlafen. Och, nö. Und dann bist du wieder aufgestanden? Nee, weil ich um acht raus musste, habe ich halt versucht zu schlafen irgendwie. Ging aber nicht. Okay. Und dann bin ich halt um sieben circa eingepannt. Okay. Und dann eben nicht um acht aufgewacht, sondern ein bisschen später, ne? Ein bisschen. So. So. Elf. Das ist ja ein bisschen später. Ich meine, es ist immer noch früh für mich. Da oben schwebt gerade so ein Creeper rum. Hi. Haben wir noch mehr Eisen? Äh, ja. Kann sein. Nein. Hab ich da jetzt mal schon mal in die Truhe gelegt, oder? In die Truhe? Äh, in den Ofen. Nee, mach ich gerade. Okay. Hi. Warte. Teile das mal auf, hier so ein bisschen. Ähm. Okay, ich hab jetzt schon... ...jede Menge Eisen. Also 20 hab ich. Soll ich jedem erstmal einen Brustpanzer machen, oder erstmal dich ausrüsten, Blocki? Nee, nee, mach ruhig allen was. Ja. Ärm genug. So, okay. René? Ah, nee, du hast schon ne Hose. Okay, du kriegst nix. Ich glaub, wir sollten echt genug Eisen haben und sonst... ...zeug... Okay, aber nix. Blocki, hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich hab's dir zugerufen. Achso, danke schön. Bitteschön. Jetzt kommt's nice von dir, jetzt kommt's nice. Ja, ich bin der Beste. Stimmt. Nicht zu oft rumlaufen am besten, ne? Ah. Also diesen Weg zu den Öfen... Du machst dir zu viele Gedanken. Beim letzten Mal sind wir auch gestorben. Und du bist auch die ganze Zeit rumgelaufen. Du musst gar nicht so tun. Ja, hab ich auch gesagt. Den Weg zu den Öfen darf ich still, wenn man da auch mal gerne laufen wird. Ja, klar. Taktisch ist es aber relativ uncru. Schnuffel wurde getötet. Schuffel 0-1 wurde getötet. Aber ich glaube... Oh, Schnuffel, nicht Schuffel. Schnuffel. Ähm... Schuffel. Schuffel. Ich glaube, das war irgendwie Selbstmord oder so. Ich weiß nicht. Okay. Weil es stand nicht da, von denen er gekillt wurde. Ja. Es steht immer, wow, es killt dann. Wenn es irgendeine natürliche Todesursache oder lieben oder so hat. Ja. Oh, hier ist echt nochmal viel Eisen. Versteckt gewesen. Das ist ja gerade eine Spezia. Ich bin überall noch Eisen versteckt. Ja. Haben wir den Kompass eigentlich mittlerweile schon mal? Kann sein. Ja, haben wir. Haben wir eine Werkbank hier irgendwo? Ja, hier. Ach hier. Hinter den Öfen. So, ich kann jedem auf jeden Fall Hosen machen. Nee, wer hat jetzt was? Äh, ich... René hat noch keinen Brustpanzer. René hat aber eine Goldhose. Das heißt... Aber du hast noch keine Hose. Ich habe noch keine Hose, nee. Okay. Dann mache ich René noch einen Brustpanzer. Ja. Das wäre sweet. Drei Helme. Ich habe... Warte, nee. Ich habe schon einen Helm. Dann mache ich zwei Helme, okay. Ja. So, wer braucht noch was? Hat jemand einen Flint? Danke. Hat jemand einen Flint oder so? Äh, nee. Nee. Wegen Feuerzeug, weil ich habe ja TT. Hm. Brustpanzer hast du mir nicht gemacht? Doch, habe ich Dicke hingeschmissen? Ja, ich habe... Habe ich nicht. Okay. So, dann brauche ich noch Schuhe. Kann ich mir machen. Brauchst du auch noch Schuhe, Block? Ich habe Schuhe. Okay. Oben ist noch Eisen. Ah, hier sind nach einer Spitze gebraucht. Ganz viel Eisen. Ganz geil. Ja, dann haben wir ja jetzt alle volle Rüstung. Dann mache ich noch zwei Eisenschwerter, okay? Okay. Ich habe hier eins für dich, René. Hast du schon einen Eisenschwerter? Ich habe einen Eisenschwerter, ja. Du bräuchtest noch eins. So, geil. Kannst du ja machen, oder? Ja. Gut. Na, und dann haben wir noch Eisen übrig. Dann können wir René noch seine Gold-Sachen austauschen. Ich mache dir mal eine Hose, René. Äh, wisst ihr, ob es hier irgendwo Kies gibt? Kann ich nicht. Hier ist erstmal eine Hose. Dann brauchst du noch Schuhe, ne, aus Eisen. Gut, das schmilzt hier gerade noch. Mal kurz, ob ich Kies finde. Okay, den Kompass haben wir schon. Wir könnten dann also gleich angreifen, ne? Wir sind tatsächlich, äh, gut ausgerüstet. Geht so, ja. Ach, jetzt kein Kies. Mann. Ah, ich habe Kies im Inventar. Oh. Äh, hm. Ich habe meinen Kies aufgenommen. Er scheint, ja, unter uns zu sein. Unter oder über uns scheint einer zu sein. Ah, ich habe eins. Also genau hier, über oder unter mir. Ja, stimmt. Wie du dieses Talent hast, ne? Immer dazwischen zu laufen. Das ist der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Ich glaube, du bist ganz schön weinerlich. Aber wenigstens Treppen für mich. Mach ich doch. Nein, wo ist hier eine Treppe? Hä? Bist du komisch? Bist du komisch? So, okay. Die Frage ist, wo ist hier keine Treppe? Was ist nur los mit dir, Mann? Ich bin mir nicht sicher. Hast du noch irgendwo Eisen? Brauchst du noch Eisen? Ich habe doch zwei Eisen. Spitzhacke wir ganz gut. Ich habe hier, glaube ich, einen Raum gefunden. Ja, brauchen wir aber nicht mehr. Warte mal, ich habe da, glaube ich, einen Namen gesehen. Hier so lang. Aber wird nicht angezeigt. Hm, es gibt doch keine Dias da drin. Braucht noch irgendjemand eine Spitzhacke? Nee. Nee, du brauchst Eisen oder was? Nee, nur Stern. Ja, habe ich zwei. Okay, dann lass uns weiterziehen. Ich buddel mich gerade genau in die Richtung, wo er anders sein soll. Ja, okay. Da ist er noch Eisen. Na ja. Ein Deer hier drin gewesen, krass. Nee. Das ist krass. Unten sehe ich einen Namen. Okay. Kommst du, René? Ja. Wenn ihr was mit TNT machen wollt, sagt ruhig. Ich habe es. Hast du Feuerzeug? Ja. Okay. Da, unten sind so ganz viele Namen. Schau mal. Oh ja. Gelb. Okay, der andere gelbe ist ziemlich weit weg. Ja. Wenn wir die jetzt überraschen können, dann sind wir auf jeden Fall zwei gegen drei. Oder wir können von oben TNT runter droppen. Nee, einfach rein, würde ich sagen. Ja, und sein TNT einfach. Ja, Alter, wenn wir das doch machen hier. Bin mir nicht sicher. Wenn wir doch so einen einzelnen Dude haben, waren wir den einen. Wenn sie gleich plötzlich sneaken, dann wissen wir, sie haben uns von mir. Wo ist es? Okay, einfach rein. Ja. Die haben nichts, ne? Ja, ja. Wow. Okay, gut. Er macht das schon. So, wo ist der andere? Keine Ahnung. Der andere war irgendwie hier hinten, glaube ich. Irgendwo einen Weg, der da hinführt. Mal laut Kompass, ja. Da ist einer, da ist einer. Ja. Ja. Komm rein dann. Ja, komm einfach raus. Wuhu. Jetzt ist noch jeweils einer übrig von den anderen Teams. Wird spannend. Ja, ich glaube, ich sneak mal nicht mehr. Ich habe Kakteen. Lass sie doch eine Kakteen-Pfeile bauen. Mit TNT. Mit TNT. Na gut, wir müssen sie finden irgendwie. Ja, Kompass geht in die Richtung. Wir können uns ja auch alle trennen, dann wird das spannender. Oh, Spanner. Dann stirbt Glocki einfach und die Hauptnahme ist vor. Da oben sehe ich den Namen. Okay. Genau über uns quasi. Ja. Jetzt ist er weg. Oh. Hier ist eine Kiste. Dia. Kiste. Und Diamanten. Alles klar. Richtig viele. Der hat irgendeinen Trang. Brauchen wir gar nicht. Noch TNT, das nehme ich gerne. Hier sind Enderpearls drinne. Wow. Ich habe sieben Enderpearls. Wow. Aber da waren nur zwei in der Tour. Das heißt, die anderen müssten doch fünf gehabt haben. Nicht werfen. Ich habe fünf Diamanten. Ja, cool. Wuhu. Ja, können wir einen Dia-Schwert machen, ne? Ja, buddelt ihr euch weiter ein bisschen oder eher nicht? Nein, ich mach mal. Ich dachte, wir ziehen das noch ein bisschen in die Länge. Warum sterben denn hier Spinnen die ganze Zeit, Mann? Wer weiß das schon. Geht zum Spinnenspawner. Das ist spannender. Will jemand mit TNT töten? Ja, lass den Spinnenspawner in die Luft, ja. Nein, das ist Verschwendung. Ich bin beim Spinnenspawner. Der scheiß Blocklegs. Ja, ist echt so, ne? Da ist ein Raum. Ich bin beim Spinnenspawner. Interessant. Oh, nein. Können wir uns noch Bögen machen zusätzlich? Ich habe ihn genau über mir quasi. Ja, mach du mal. Ach, Rindy. Da oben. Ein wenigstens Equipment, der Junge. Ich will TNT machen. Geh weg. Oh Gott, oh Gott. Ist er denn tot? Oh, ist nicht gestorben. Oh, da ist noch eins. Ui. Ich komme hier an ihn ran. Ender Pearl. Lass, ich mache nochmal. Achso, schade. Aber es ist noch einer. Ich habe noch zwei TNT. Ich habe mich in die Flammen geworfen und brenne nicht. Okay. Da war noch Flammen, oder nicht? Ja. Da war noch Flammen, ja. Ich habe hier überall. Ja, cool. Da ist ein Wasser. Hooray. Ender Pearl. Wir haben ein Feuerzeug gefunden. Ender Pearl. Ender Pearl. Okay, noch zwei nach Herzen. So. Vielleicht muss man hier gleich stehen im Chat. Das ist der Worst Bild. Ob ich es weitermache. Aber dann wäre es ja langweilig für mich. Stimmt. Muss ja auch mir Spaß machen. Natürlich. Gerade mir. Nur dir. Ja. Warte. Warte schneller. Ja, aber wir packen uns oben und unten lang. Kann gut sein. Was sollen wir sonst machen, Mann? Haben doch sonst nichts zu tun. Ich brauche hier mal Luftschächte rein. Oh, Zombies. Lass mal da dahin gehen. Lass mal versuchen, Diaschwertschefe 8 zu kriegen. Okay. So, Lampis. Hätten Obsidian Brustpanzer. Ich habe einen Diamanten, sehe ich gerade. Geil. Und keinen Lapis. Schade. Wollen wir es spannender machen und unsere Rüstung ausziehen? Meine Spitzhack ist Pol. Können wir ja 1 vs. 1 machen. Können wir machen. Machen. Komm schon. Irgendwo muss er sein. Ja. Oder ich platziere einfach meinen TNT. Oder wir hüllen einfach die ganze Map aus. Sei mal kurz leise. Nicht blocken, nicht abbauen. Doch, mache ich. Hört mal beide auf. Hier ist nichts, ne? Okay, ne. Hier oben ist ein Raum. Ist ein Raum. Okay. Lass mal da. Okay. Wahrscheinlich, ja. Wow. Wow. Hätte ich mich doch mit deiner Pearls töten können. Das war die mit Abstand spannendste Runde ever. Oh, ja. Das ist ein Mindfighter, Mann. Das ist ein Mindfighter. So kann es enden. Ja, wir waren einfach OP, ne? Wir waren halt richtig gut. Wir hatten richtig viel Glück mit den Ressourcen. Richtig gut. Und TNT. Und TNT, ganz wichtig. Und Ender Pearls, natürlich. Wenn ihr sehen wollt. Mir ist es auch anders laufen. Wenn ihr eine relativ spannende Runde sehen wollt. Dann schaut die Runde nochmal. Falls ihr aber eine Nubi-Nub-Nub-Runde sehen wollt. Dann geht es zu Flo. Und was ihr gar keine Runde sehen wollt. Dann guckt bei René vorbei. Ganz genau. Richtig. Da habt ihr alles auf einmal. Perfekt. Coole Runde, schlechte Runde, keine Runde. Was wünscht ihr euch mehr, Mann? Es läuft. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, Mann. Ciao. Tschüss. Ich darf nicht ein bei der Abmode, Alter. Ich stecke im... Ich bin halt richtig müde. Was? Ja, tschau. Nee, steckt irgendwo fest, habe ich gehört. Ja, ich stecke im Bord fest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.